Ich arbeite seit 23 Jahren hier. Das, was ich jetzt erlebe, habe ich in den langen Jahren noch nie erlebt gehabt. Das Besondere an diesem Verläufen ist, dass es sich nicht nur auf die Lunge wie bei der Grippe auswirkt, sondern dass der ganze Körper beeinträchtigt ist und dass es rasant einfach ein Verfall des Patienten ist. Ich möchte diese Menschen hier nicht alleine lassen. Wir fällen Stein vom Herzen, muss ich klar sagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017